Die Galaxy S11 Serie wird zwar erst im 4-Bau vorgestellt, aber wie das in der Technikwelt so ist, brode die Gerüchteküche jetzt schon. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch zu diesen Geräten die ganzen Gerüchte ein bisschen zusammenfasse und gucke, ob es denn überhaupt spannende Geräte sein könnten und was wir so ungefähr erwarten könnten. Los geht's! Ich fange direkt beim Displaydesign an und das wird sich gar nicht so stark verändern im Vergleich zum letzten Jahr. Zum einen wird das Loch von rechts in die Mitte wandern, wie beim Note 10 auch schon. Und die Displayrinder werden auch ähnlich dick sein wie beim S10 letztes Jahr. Wir werden weiterhin ein kleines Kinn unterhalb des Displays haben, was vor allem beim S11 Plus ein Problem sein könnte. Dazu mehr aber gleich, aber ansonsten wird sich da auch nicht so viel verändern. Die Displays selber werden sich aber etwas verändern, vor allem in der Größe. Das S11e soll ein 6,2 bis 6,3 Zoll großes Display haben und gilt damit im Jahr 2020 auch schon als kompakt, was ja ziemlich absurd ist. Vor allem, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut. Das S11 soll ein 6,6 bis 6,7 Zoll großes Display haben und das S11 Plus ein 6,8 bis 6,9 Zoll großes Display. Das wird schon ein echt großes Gerät werden und das haben wir ja auch schon im letzten Jahr beobachtet, dass die Geräte immer größer wurden. Aber ansonsten werden es auch ganz normale OLED-Displays sein mit HDR10 Plus Support und vielleicht auch 120 Hertz. Aber da ist man sich noch nicht sicher. Außerdem soll die Edge nun ein bisschen dezenter sein. Bei allen drei Modellen, das war ja in den letzten Jahren immer unterschiedlich. Also beim Note Edge hat es ja angefangen mit einer ziemlich starken Krümmung, aber das wurde über die Jahre immer besänftigt, bis es letztendlich ziemlich dezent war. Das soll dieses Jahr nochmal stärker werden und ich bin auch mal gespannt, wie sich das dann anfühlen wird oder auch vom Design implementiert werden wird. Kommen wir nun zu den inneren Werten der Galaxy S11 Serie. Zum einen werden wir ein Snapdragon 865 haben, wahrscheinlich nur wieder in den USA und für die restlichen Regionen, Deutschland eingeschlossen. Ein Exynos 990. Ob es da wieder Differenzen bei der Akkulaufzeit geben wird, werden wir sehen. Ich hoffe es nicht, weil beim letzten Jahr war es ja so, dass die Exynos-Version ein bisschen schlechter war als die Snapdragon-Version. Und ansonsten ist bekannt, dass wir beim S11e oder auch allgemein bei der S11 Serie mindestens 6 GB RAM haben werden. UFS 3.0 Speicher, was ja mittlerweile im High-End-Segment auch Standard ist. Und dann noch Android 10 mit der One UI 2.0, wie man das von Samsung ebenso kennt. Weiterhin wird es den Innensisplay-Fingerabdruck-Sensor nun bei allen drei S11 Modellen geben. Letztes Jahr war es ja so, dass der beim S10e noch an der Seite war. Aber der soll jetzt auch immer überall unterm Display sein und dann wieder mit der vorhandenen Ultraschalltechnik funktionieren. Kommen wir nun zu den Kameras. Man sieht auf den Leak-Bildern, dass die Kameramodule bei allen drei Geräten deutlich angewachsen sind und jetzt auch vertikal verbaut sind. Besonders beim S11 Plus, da soll das Ganze auf jeden Fall sehr groß sein. Mehr dazu gleich. Was bedeutet das Ganze also? Wir haben nun beim S11e drei Kameras, also einmal eine normale, eine Weitwinkel- und eine Tele-Linse. Und bei den S11 und S11 Plus Modellen sollen den Gerüchten zufolge noch mehr Kameralinsen implementiert werden. Beim S11 wahrscheinlich drei oder vier und beim S11 Plus noch ein größeres Kameramodul mit fünf Linsen. Aber man ist sich da noch nicht ganz sicher. Ich fände es zumindest persönlich ungewöhnlich, dass das S11 Plus mehr Linsen hat als das S11, weil die ja bei den Kameras eigentlich in den letzten Jahren immer gleich waren. Aber oft ist es sicher, dass die beiden den neuen 108-Megapixel-Sensor von Samsung bekommen werden. Man hat ja schon in einigen Smartphones zum Beispiel den Xiaomi Mi Note 10 einen 108-Megapixel-Sensor gesehen, der dann auch für die Details nochmal viel besser ist. Aber der beim S11 soll dann auf jeden Fall nochmal besser sein als der von Xiaomi. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Kameras angeht, weil Samsung da ein bisschen aufholen muss. Die Kameras sind überhaupt nicht schlecht, auch beim Note 10 nicht. Aber sie sind doch auf jeden Fall noch ein bisschen hinter dem iPhone 11, iPhone 11 Pro. Deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die S11 Serie und nicht nur auf die S11 Serie, sondern auch auf die gesamten anderen Neuheiten, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen werden. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.